denn ein negativ geholfen so bist du liebens doch die 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 und die und alle anderen so wie es überall wollten nur finden weil ich bin ich bin ich bin er hat die die durchdacht als und ich bin kaputt gemacht r das ist ein bisschen dass ich noch zu können daraufhin in Afrika CDU Arschloch wurde waschenballer denn ich habe gemacht ich höre schon wie eine Scheißspinne aber was macht da oben werdet konnte warum sterben dabei so viele Spinnen und warum soll man so laut warum sterben sie dann hier oder hätten es ein zufrieden die schweizig hier Wofür mache ich hier eigentlich überall Licht an, ihr Penner? Oh, da war ein Skelett, hat mich gerade angeschossen. Nein, das ist da oben. Oh, kacke, das sieht mich. Jetzt nicht mehr. Warum hält die, du Arsch? Ja, hol dir deine Ration, haue. Werde, ich werde gestalkt. Sei froh. Ich gehe es hier in die Mine. Aua. Ich habe das Gelett kaputt gemacht. Hier ist gar nichts. Wie, hier ist gar nichts? Das war ich. Ich habe auf ein Gelett geschossen. Bist du vielleicht da oben? Ich bin in einer Hülle. Ja, dann kann ich mich hier schlafen. Also ich gehe jetzt auch mal eine Etage höher. Ich werde hier unten nicht ziemlich kirre im Gehirn. Äh, hallo? Tschüss. Wenn mir jetzt ein Creeper auf den Kopf fällt. Hm, zu spät. Dann kommen die Achterleute und klagen dich an, weil du von mir eine geistige, kreative Idee geklaut hast. Und das wäre? Ähm, Creeper, die von der Decke fallen und dich angreifen. Oh. Moment mal, das sind aber dann die Creeper, die das geklaut haben und nicht ich. Ja, die sind dir aber auf mich gefallen. Nein. Nein. Er kann nicht ja nichts führen. Das nennt man, äh... Das nennt man, äh... PP, persönlich ist fech. Zufall. Oh Mann, oh du Scheißspinne, ich höre dich ja. Oh, ich hab hier auch eine Spinne. Du, weißt du, was ich gerade denke? Nein. Das könnte auch eine Giftspinne sein. Irgendwie schiebe ich gerade ein bisschen Panik. Ich hab das Gefühl gerne mal. Ah, da war ein Creeper. Ah, da oben ist ein Creeper. Scheiße, der sitzt genau bei mir. Wenn der jetzt nicht runterfallen lässt, ne, dann bin ich ge... Dann bin ich geliefert. Ah, mit da oben, du Penner. Oh, er ist tot. Gott sei Dank. Oh, meine Nerven. Oh, diese Scheißspinne. Ach, da oben ist die Scheißspinne. Ja, okay. Stirb, du Bestie. Hä, ist das alles? SS, Scheißspinne. Oh, jetzt kommt doch mal, zeig mal deine kleinen Füßchen. Komm mal hier. Schau dir eure Füßchen. Scheiße, ein Skelett. Nein, ich hab das Klett da oben runtergeschossen. Jetzt ist es da unten gefallen und zerplackt. Lecker. Wobei das eigentlich unlogisch ist, ne? Skelette können gar nicht zerplatzen. Was bleibt denn da wie über, außer Knochenmehl? Knochenmehl. Ja, genau. Und Feige. Ey, wo ist dieses... Goh. Ey, wo du hinguckst, du guckst irgendwelchen Tieren ins Gesicht, ne? Es ist echt ekelig hier. Wo bist du denn jetzt, du Scheißspinne? Na, ich hör dich doch. Komm. Necke. Ja, wo bist du denn? Komm, ich helfe dir auf deiner Misere. Wo bist du denn mein kleines Hasi? Ich bin das irgendwie nicht gerade einsichtig. Das ist real life. Ach, so was scheiß real life. Ja, ich höre dich doch da oben. Mochie, jetzt komm doch mal runter. Komm doch mal her, ich tue da auch nichts. Noch nicht. Alter, ich schlag dich gleich, du Scheißvie. Aua. Du bist du Scheißvie? Ja. Ich redet doch nicht von dir. Ich redet doch von dem Scheißvie? Wusstest du, dass es nicht mehr lebt? Yeah. Was ist so, dass du das Spawner ist? Da hätte es la 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 doch nicht. Aua. Aua, schon wieder? Achso, Vergiftung. Aua, schon wieder? Oh nein, keine Giftspinnen. Ich habe so Giftspinnen. Ähm. Ey, ich stehe hier an der Steiglippe und kämpfe. Wie dumm bin ich eigentlich? Ja, okay. Die Frage muss nicht beantwortet werden. Ey, ich habe mir keine Ritze gefunden, in der ich mich mal... Ah, da steht die Spinne. Guck mich dumm an. Komm, Schäßchen. Du bist jetzt eh Totspinne. Sorry. Ja, aber ist so. So, diese Spinne ist eine Ex-Spinne. Ja, Skelett, ich weiß. Aber wo bist du? Skelett? Hä? Irgendwie können die nicht leben hier. Bennet. Wo bist du eigentlich? Oh, so ganz weit weg. Oh, da ist die Spinne. Noch weiter weg. Ich habe das Skelett runtergekickt schon wieder. Das ist das zweite Mal. Ey, das hat dadurch... Scheiße. Oh, hallo Skelett. Mal wieder. Tschüss. Kommt das da jetzt raus, oder kommt das da jetzt nicht raus? Das ist die Frage aller Fragen. Ich habe einen Plan. Okay, der Plan ist scheiße. Ich habe einen anderen Plan. Hey, Mr. Skelettor. Komm doch mal her. Komm doch mal her. Hallo. Hallo. Ah, da ist der Skelett. Der steht direkt vor mir. Der kann mich gar nicht sehen, weil ich nur so ne Beine sehe und sein... Ich habe ihm genau in die Dinger geschossen, die geiles Sachen. Wirklich? Gilt. Ja, also, wenn ein Skelett das hätte, dann hätte ich jetzt genau getroffen. Sorry, das muss jetzt mal sein. Ich bin so wütend auf die Scheiße. Lecker. Ich muss meinen ganzen Hass. Meine Skeletten auslösen. Na gut. Danke. Oh. Oh, Treppe back up. Ich meine Treppe. Back up also. What the fuck? Pist euch hier spinnt. Pist euch. Nimm mal für euch haben. Doch, du. Nein. Äh, wie renn ich im Kreis. Die richtigen Eltern hatten keine Kinder. Bessen. Von den Spinnen. Nö. Spinnen sind eh Scheißeltern. Ach nee, gar nicht. Eigentlich stimmt das gar nicht. Sag mal, wo drückt die Welt? Oh, ey. Hey. Hey. Überall. Wie so mit Züge über Fischplatt? Fischplatt. Also die wären mir jetzt noch unlieber. Äh, un, äh. Na, du weißt schon was. Ich komme mal zu dir. Nein, das ist der Scheißelbein. Oh. Was so auch früher sagt. Ah nein, du. Warte, ich stelle es ab. Dankeschön. Oh. Das ist vorhin. Man lasst mich mitten in meiner Aktionier. Ähm. Ähm. Boah, ich bin schon level 7. Ich war vorhin level 3. Ich bin level 8. Prozent das war die Nr 6 Prozent Prozent weiter kann aber nicht lediglich die die Landwirte von dabei gefühlt drei Jahre Keine Ahnung, aber ich glaube, mehr als eine Stunde. Ach, da geht es nicht so schlimm. Lass uns noch andere zehn Minuten, dann machen wir Schluss. Na, wir auch wieder Papa. Irgendwann hat hier gerade Piz gemacht, was du da anwesend. Ah, dann ist das gut. Warum macht du Piz? Du sollst untergesprungen werden. Warum springst du denn so schlimm? Weil Baum. Okay. Ach, hier waren wir doch schon. Jetzt sind wir wieder unten. Ja, du gehst doch da hin. Ich bin nur dir gefolgt. Ich bin eigentlich nur dir gefolgt und zwar vorhin. Danach bist du mir gefolgt und zwar an die falsche Wecke. Hm, cool. Warum machst du die? Ich wollte gerade an der Hochformen. Ach, schon. Was? Hm? Ja. Oh, geh mal da weg. Oh. Was treffst du? Was treffst du? Oh. Oh. Geht deine Hacke eigentlich noch? Oh. Oh. Oh, komm mal. Oh, wann das? So lange, lange Zeit. Äh, ich häng voll mit der Fresse im Spinnnetz. Mhm, Fresse. Das ist echt ekelig. Das ist... Was machst du da? Und warum bist du so nov? Lapis Lazuli! Ja, ole ole ole. Prozent und ich bin vor Ort so ein Teil mit der Nähe im Grunde genommen und kann auch nicht alles gewählt sein Schuss was kann ich von mir aktiviert das ist nicht toll die Notiswassel ich bin Mut dass ich das Wasser gespalten Schrocken oder so Ich glaube, du hast einen Knall. Aber irgendwie ist es trotzdem cool. Da hat er schon wieder ein Skelett. Wie viele Skelette hat sie eigentlich? Da unten ist ein Zombie. Voll übertrieben, irgendwie. Stirb, du bist hier. Ha, tot. So, wie sieht es denn hier aus? Hier waren wir schon mal. Hä? Wo denn? Wo bist denn du? Warte, ich hab hier irgendwie das Gefühl, das war noch nicht alles. Durch mein gespaltenes Wasser durch. Ich würde gerne nicht eine gespaltene Persönlichkeit. Aber das wird wohl nichts. Warte, ich hab hier sowas in Morin. Warte mal, ich komm gleich. Das wird immer ekelhafter. Oh, oh, Spinne. Ich komm, Cody. Oh, oh, komm, äh, Creeper da unten. Creeper. Oh, komm, 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 komm um wo geht das hier hoch ach ich kotze es war schon wieder diesen ah ich bin hier waren wir doch schon wieso renn ich jetzt im Kreis Nein, ich will nicht mehr spinn's Ich will nicht mehr spinn's ich möchte woanders du hast was gegen die spinn's spinn's opini ich habe was gegen spinn's 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 ich habe sozusagen Insekten spinn's spray gegen spinn's Bordner und jetzt bin sie kein Insekten deswegen sag ich ja spinnen wenn ich auch gerade auch viele Schöne ja keine Insekten ich wurde hier so ganz und dann ist er mir in Gang und er ist dunkel und da könnte ja alles rausfallen r und nein meine hat man hat Spickel ist im Arzt äh meine Spickel ist im Arzt die Wurzeln wenn er dich hat so wie ich habe den Haufen die Kruppung auch der und der Papier der Lage ja auch die wie ich oder würde kommt würde kommen in die Ecke Prozent der Ecke kommen wenn er das sehen würde wenn er könnte man gefallen und die Kiste aufräumen und schreitig an Nein, danke. Ich werde dich anschreien. Ich werde dich sowas von anschreien. Oh, scheiße, schuldig. Jetzt habe ich gerade zwei Lappsblöcke. Du bist genial. Oh, jetzt haben wir zwei Ender-Augen. Und wir haben noch zwei Ender-Perlen und fünf Ender-Augen. Und wir haben Glup-Ski-Augen von Spinnen. Und wir haben Gammelfleisch. Sag mal, Bennet, mir fällt da gerade was auf. Was machen wir im nächsten Part, wenn wir geschlussgemacht haben? Ich werde gleich im nächsten Part, also im nächsten, nächsten Part, eine Zuckerrohr-Fabrik bauen. Was rede ich da für Scheiß? Und dann machen wir uns nämlich Bücher und dann machen wir uns Enchantment-Kram. You know? Okay. You know, Digga? Okay. Ja, Digga. Pfff. Na klar. So. Ja, bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Wo ist Redstone? Und lasst euch nicht verarschen. Okay. Und von Wendet. Bis dann. Ich verarsche mal. Tschüss. Tschüss.